Dann Joshua Bart, dann Georg Etter, dann Luca Schlossbauer und Marcel Tick, Sven Strähne und, 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 Daniel Vogel natürlich, Kapitelverteidiger. Solltet nicht aufhören mit Klatschen, denn solange ihr klatscht, kann ich reden. Also die Hände aus den Taschen, das ist die U17-Kategorie. Hier kommt noch ein deutscher Meister. Wir haben noch 10 Sekunden, bis der Erste auf die Reise geht. Auf geht's klatschen, Applaus. 5, 4, 3, 2, 1, und, Daniel Vogel ist auf die Reise gegangen, der deutsche Schülermeister. Joshua Bart, ihr dürft klatschen, hier ist der deutsche Vizemeister, Luca Schlossbauer. Nachhaltig, Sven Strähne, Der Fiete von Weide, Daniel Vogel, Daniel Vogel, Fabian Wagner, Robert Rassel, Jean-Philipp Ebert ist im Kreise, Jean-Christophe Vanthaus, Daniel Benedikt Kipka, Lukas Braun, Janit Lambert, Jonas Russmann, Jan Hettig, Tobias Eisel, Tim Schreckenbach, Fabian Kutferer, und Marco König, Paul Kutferer. Jetzt gehen die Verfolger auf die Strecke. Viel Spaß, viel Erfolg. Also, es lohnt sich, wer im Zahlen richtig schnell ist. Hier wird der Texte erstarrt im Bereich ungebraucht. Ja, bitte, ein bisschen aufpassen.